Was denn? Hallo zusammen, ein bisschen spät, aber jetzt sind wir da, Katharina und ich. Komm ja an. Beate. Und zieh deinen Fuß zurück. Beate. Und vorne. Ferse. Und daite. Let's go and marschieren. In den Arm mit. Lass den Kopf nicht ausweichen. Der Finger. Das war Beate's Finger vor der Kamera. Und der ganze Arm. Letzter und nochmal zurück. Bring mal den langen Arm nach vorne. Streck dein Bein nach hinten. Tipp. Vier. Drei. Zwei. Letzter und vorne. Zack. Tipp. Vier. Vier. Drei. Zwei. Letzter und zweite. Vier. Drei. Die letzte. Zwei. Oh, ich komme zur Seite. Schieb. Und größer. Letzter. Letzter und zweite. Und neig dich mal ein bisschen. Und neig dich mal ein bisschen. Und letzter Kommand. Letzter. Groß. Schieb mal deinen Po nach hinten. Und nimm mal die Schulter mit. Arm zurück. und bleib unten. Und bleib unten mit. Und die Arme kurz nach hinten. Weit nach hinten. Drei, zwei, letzte Halte. Dreh dich zur Seite auf. Wechsel. Und komm wieder in die Mitte, rund. 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 Letzter, komm nach oben. Beugen, schrecken. Lass deine Zehenspitzen nach außen zeigen. Da, wo dein Knie hingeht. Vier noch. Zwei. Letzter, bleib hier. Einsinken. Und rühre. Im Gelenk, schön. Lass dich hier schön einsinken. Einmal Länge im Hüpfbeuger. Und andersrum. Mitte. Komm nach oben auf, einatmen. Und die Schulter vor. Für die ganze Stunde am besten dein eigenes Tempo. Und bleib hier. Ruhe. Und andersrum. Letzter, komm in die Mitte. Und aus. Mach dich lang. Zieh etwas mit Kraft hinab. So, und bleib in. Bring das Gewicht auf die Ferse. Komm nach oben einatmen. Aus. Wechsel den Arm. Auch hier wieder dein Tempo. Noch vier. Letzter. und bleib hier unten. Marschiere. Setz den ganzen Fuß auf. Ein letzter. Komm nach oben. Tief. Tief. Und. Bewege die Schulter. Drei. Let's dance. Tief. Hoch. Und Achtung. So, wenn du nach oben kommst, kleine Rotation. Schau dich nach innen um. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Leg deine Hände fest an die Brust. Die Bewegung kommt aus deinem Rumpf. Und drück mit den Händen fest an deinem Brustbein. Mach deine Beine fest. Halte dagegen. Acht. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter Hund. Steig zurück, ausatmen. Komm nach vorne. Steig zurück, ausatmen. Hinten, senk dein Knie tief. Halten. Rück deine Handflächen aneinander. Vier. Drei. Zwei. Letzter Schieb nach vorne. Dein Oberkörper und schön dein Standbein ein bisschen gebeugt. Und vor. Rück. Vor. Rück. Und bleib hinten. Und wenn du willst, schwebe. Und wenn du willst, schwebe. Schwebe. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Haltet. In der Standwaage. Bring die Arme. Zwei. Letzter. Und komm nach unten. Aus. 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 Acht. Sieben. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Komm nach unten. Bring dein Knie zum Boden. Beugen. Strecken. Beugen. Strecken. Beugen. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Ein Schritt nach vorne. Und mach dich rund. Marschieren. Klein. Groß. Führst du auch noch deine Arme nach hinten, die ganze Schulter? Oder bist du hier? Und bleib unten. Halt in. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Zieh das andere Bein zurück. Komm nach oben. Und vor. Und rück. Drei. Zwei. Letzter Uhr. Bebel. Dich lang. Drei. 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 Noch drei. Zwei. Letzter und hinab. Bring das Knie zum Boden. Und strecken. Boden, strecken. Boden, strecken. Ja. Schieb die Fersen nach hinten, wenn du oben bist. Noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Steig nach vorne. Und rück, 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 rück. Und langer Arm. Lang, streck das Bein. So, hier kannst du weitermachen. Oder mir in die nächste Übung folgen. Komm in diese Übung zurück. Wenn du nicht mehr kannst. Pump. Eins, zwei, drei. 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 Letzter. Und. Marschieren, ganz locker. Nur die Arme, Schulter schön tief. Und außen. Hoch. Und. Nimm den Rumpf entgegen. Neig dich. Vier. Drei. Drei. Letzter. Und. Öffnen. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Und tipp. Und zieh rüber. So immer dein Tempo. Deine Tiefe. Und du weißt ja, du kommst immer aus den Beinen tief. Dein Rücken ist flach. Dein Tempo. Deine Atmung. Und. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und tief. Und andere Seite. Schön schicken. Und vergiss nicht ganz tief zu kommen. Noch drei. Noch zwei. Ein letzter. Und. Halten. Nach oben kommen. Zehn Spitze aufsetzen. Beinheben. Schön balance. Und dann komm nach vorne. Und ein. Zehn aufsetzen. Wenn du musst. Wenn du nicht musst. Balance. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Letzter halten. Schön. Oben. Ja. Schulter tief. Über die Arme. Ein. Zwei. Letzter. Und. Coming up. Herzen bleiben am Boden. Deine Tiefe. Nach oben. Eins. Nach oben. Ganz oben. Nein. Ganz oben. Noch drei. Noch zwei. Na, mal gucken, was die Katharina macht. Gelegenheit für eine Pause. Schön. Standbein mehr beugeln. Wow. Vier. Drei. Zwei. Letzte halten. Halten. Und bring die Hände nach hinten. Und hier einmal vor und rück. Standbein so ein bisschen soft. Acht. Vier. Drei. Zwei. Letzte. Und kommen wir unten. Ausatmen. Kommen wir zur Seite. Aus. Ein. Aus. Mitte. Oben. Versuch mal die Arme hier zu strecken. Spür mal wie viel mehr das ist. Wenn du hier bist. Kein Problem. Hier. Vier. Drei. Ein. Aus. Gleiche Bewegung. Nur nach hinten. Im Squat. Und die gleiche Seite immer wieder. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vier. Drei. Auch wieder dein Tempo. Bei allen Übungen dein Tempo. Drei. Zwei. Letzter. Schön schrecken. Kurze Pause. Ellenbogen oben. Hohn. Schulter hoch. Und. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und komm nach unten. Ferse hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Das ist deine Übung. Wenn du nicht springen willst. Oder wenn du nicht mehr kannst. Und. Sprung. Zehn. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Mal tief. Zwei. Letzter halten. Unten. Acht. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Und ausschütteln. Bring mal einen Schluck. Und wir gehen runter. Ja. Okay. Okay. Stell dich vor deiner Matte auf. Komm aus den Beinen tief. Und hoch. Und nimm die Arme nach oben. Und vier. Und ganz oben. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Auch hier wieder dein Tempo. Lass deine Knie schön stabil. Über deinen Spunggelenken. Der Rücken immer flach. Und beim nächsten Mal. Geh nach vorne. In ein Brett. Halt das Brett. Ja. Und ihr wisst ja. Das sind die Übungen, die es echt bringen. Alle Muskeln arbeiten. Ja. Vor allen Dingen die Unterseite. Jetzt hier der Bauch. Drück mit der ganzen Hand in die Matte. Schreck deine Arme. Beug deine Beine. Geh wieder zurück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und nach vorne. Kurz halten. In deinem Tempo wieder zurück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und wenn du unbedingt musst, ja, dann könntest du auch noch unten ein Liegestütz machen. Aber nur wenn du unbedingt musst. Nur noch einmal hoch. Und komm unten an. Und von hier aus. Schau erst mal zu mir. Genau. Bring die Arme nach vorne. Lass die Füße am Boden. und die Hände berühren sich hinter deinem Rücken. Bring dein Gesicht parallel zum Boden. Schau zur Matte. Und da geht mal was schneller. Füße am Boden. Schneller. Dein Tempo. Noch schneller. Acht. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Drück dich nach oben. Ausatmen. Komm nach oben. Ich drehe mich mal zu euch. Und komm zur Seite. Ausatmen. Und ein. Super. Noch einmal. Und dann bist du hier unten. Lenk dich ein bisschen ab. Und holst eine schöne Bewegung. Rund. So wie bei Zumba. Zumba. Und andersrum. Kreisen. Vier. Sind deine Arme noch nicht streckt? Drei. Zwei. Letzter. Und der Vierfüßler. Bring dein Bein nach hinten. Schau auf deine Hand. Auf deine Hände. Eine Hand passt dazwischen. Drück mit der ganzen Hand in den Boden. Zieh dich lang. Halte. Nur halten. Und wenn noch was geht. Kannst du deine Zehen heben. Nur wenn noch was geht. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Hinten. Unten. Komm nach oben. Wechsel. Handgelenke genau unter der Schulter. Fußrücken abgelegt. Als Vorbereitung für das Schweben. Denke lang. Nicht hoch. Langes Bein. Langer Arm. Mit der Hand in die Batte gedrückt. Und Balance. Zehe heben. Acht. Zehe heben. Tief. Tief aus den Armen. Und hoch aus den Armen. Und tief. Und hoch. Arme ganz strecken oben. Beugen. Strecken. Unachtung. Komm nach oben. Ahoy. On up. Ahoy. Unachtung. Unachtung. Auch hier wäre dein Tempo. Vergiss mal Musik. Ich glaube, ihr hört die sowieso nicht. Aber bestimmt nächste Woche. Das wäre doch noch schöner, oder? Mach dich klein. Zieh das Knie heran. Noch drei. Zwei. Zwei. Letzter. Und hier oben bleiben. Und streck mal schön den Arm durch. Und strecken. Beugen. So, und jetzt hier wieder Gelegenheit zu lächeln. Für dich. Lächle für dich. Und ich lächle natürlich für euch. Und für mich. Hier. Drei. Zwei. Letzter. Und. Und Armstütz. Könnt ihr das? Wir haben einen Strand, ne? Aber wir wollen gerne gehen. Und tief. Und hoch. Strand. Training. Schulterpower. Vier. Drei. Zwei. Und dann bleibst du im Schulterpower. Schön. Bring dein Knie zum anderen Knie. Schön kippeln. Noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Und. So, bring mal die Knie in Verlängerung des Körpers. Den Elbogen hier unter der Schulter. Und dann kommst du nach oben. Dann kannst du ein Bein strecken. Dann gehst tief. Und hoch. Schulterpower beibehalten, ja? Wenn du unbedingt musst, dann kannst du auch gerne hier arbeiten. Ein Bein vorne, ein Bein hinten. Und wenn du unbedingt noch mehr musst, Füße beieinander. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Komm nach unten. Dreh dich auf den Rücken. Halt deinen Kopf hier. Deine Beine beieinander. Und zieh die Knie heran. Lass den Kopf, den Oberkörper erstmal stabil. Nur die Beine. Heb den Po hoch. Lass deine Ferse immer nah am Po. Und den gleichen Winkel. Zwischen Oberkörper, Oberschenkel und Unterschenkel. Hochrollen. Bauch einziehen. Schau dahin, wo die Kraft herkommt. Und vier. Drei. Zwei. Letzter Rund. Schaukel hin und her. Oh, Null Schwung. Komm nach oben. Komm zurück. Komm nach oben. Vielleicht geht da noch was. Letztes Mal. Und dreh dich um. Marschieren. Und dreh dich wieder. Und komm nach unten. Ausatmen. Rück. Rück. So, wir wechseln die Seite. Wo haben wir nochmal angefangen? Hier. In den Oberkörper. Und komm tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Lass mal die Beine. Schön. Am Boden. Und dann kam die. Ahoy. Und du darfst dein Bein schweben lassen. Und noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Bleib mal hier oben. Schön. Prima. Halten. Halten. Und dann kommst du hinab. Dein Bein. Gib das Knie. Mal dein hüptisches Immobilien. Ach. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und dann bist du hier im Seitstütz. Dein Arm nach oben. Und wir gehen zum Strand. Und wir kommen zum Training. Und wir kommen zum Training. Noch vier. Drei. Zwei. Letzter. Und. Dein Knie. In Verlängerung. Das andere auch. Schreck dein oberes Bein. Schau mal hier die Behälte. Bein ist inzwischen zwischen Oberarm und Schulter. Komm nach oben. Und tief. Und hoch. Hier kannst du weitermachen oder anfangen zu spielen. Ein Bein vor. Ein Bein zurück. Hoch und ab. Oder du bist übereinander. Wenn dir das immer noch nicht reicht, dann schreibst du mir, ja? Ich habe nur was anderes. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Und. Oh. Schön. Komm einmal wieder zurück. Gleiche Haltung wie vorhin. Bein abgehoben. Und. Komm nur mit dem Oberkörper nach oben. Out. Ausatmen dabei. Zieh mal den Bauch feste ein. Denn dann arbeitet nicht nur dein Sixpack. Hoch und ab. Sixpack hier, ja? Tiefer Bauchmuskel geht einmal um dich herum. Ja, ich meine das nicht, das Sixpack im Kühlschrank. Ich meine das andere. Und hoch. Und ab. Ausatmen. Einziehen. Und jetzt bring deinen Unterkörper zum Oberkörper. Bring die Ellenbogen nach vorne. Aufrollen. Drück mit deinen Ellenbogen deine Knie zusammen, wenn du kannst. Zieh. Zieh. Zieh dich klein. Zieh. 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 Noch zehn. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Leg den Kopf am Boden ab. Und lass dein Bein ab. Auf. Und auf. Bring dein Bein nur so tief, wie dein Rumpf sich nicht hohlzieht in der Lendenwirbelsäule. Leite vom Kopf her diesen Bereich hier an. Wenn dein Bein sich senkt. Gerne heb deinen Kopf hoch. Schau mal, was passt. Gerne. Bring die Beine gleichzeitig runter. Einatmen, ausatmen. Stabil bleib. Deine Übung. Noch vier. Drei. Zwei. Let's down von hier aus. Kommst du auch mal auf die Seite. Nicht mehr lange. Komm nach oben. Zieh zur Seite aus. Oh nein. Und bleib hier. Bring dein Bein zur Seite und kipp zur Seite. Stell deine Hand auf. Bring dein Bein zum Oberschenkel. und zieh und streck. Und zieh und streck. Noch zehn. Mach dich klein, schreck dich auseinander. Acht. Sieben. und zieh und streck dich auseinander. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Let's halten. Schön. Bisschen geht noch im Bein. Komm. na. Komm zur anderen Seite. So zieh die Finger wieder auseinander. Schöne gestreckte Arm. Gut, zieh, schräg. Vier, drei, zwei, letzte halten und hochziehen, eine Linie. Vier, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und komm zur Mitte. In den Sitz, komm nach unten wieder, in Rückenlage. Letzte Übung, versprochen. Deine Beine nach oben, zieh erstmal zum Knie. Und Achtung, eins, zwei, drei, rück. Eins, zwei, drei, rück. Und Achtung, Single rechts und links. Vier noch, drei, zwei, letzter und dann bleibst du mal hier und streckst dein Bein. Bist du hier schön in der Diagonale. Vier, drei, zwei, eins und wechseln. Und vier, drei und zwei und eins und Single Bewegung rechts, links. Streck das Bein ganz aus, streck. Und Achtung, drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Letzter drei, zwei, eins. Single ziehen. Vier, drei, zwei, eins und mach dich mal lang. So, bleib mal unten liegen. So, schön gemacht. Ich hoffe, ihr wart die ganze Zeit dabei. Nach Ostern bin ich wieder dran. Ich glaube, jetzt immer mittwochs. Immer deine Beine zu dir herwandeln. Ganz nah zum Körper. Entspann erstmal in die Halswirbelsäule. Für den Kopf rechts und links langsam. So, ich hoffe, unter dir wohnt keiner, dem du jetzt auf dem Kopf rumgesprungen bist. Und dann lässt du deine Beine zur Seite fallen. Lass deinen Oberkörper schön liegen. Trichst deine Schultern beide zum Boden. Bringst den Blick weg von deinen Beinen. Und dann, wenn du dich in die Halswirbeln bist. Dann kommst du zur Mitte und lässt deine Beine zur anderen Seite fallen. Wenn du dich jetzt fragst, ach, habe ich bloß alles richtig gemacht? Das ist gar nicht wichtig. Ja, du hast auf jeden Fall eine Übung gemacht. Es gibt immer nur andere Übungen. Vielleicht war die Übung ja auch schön. Aber ich denke, das passt schon. Dann kommst du zur Mitte. Lass mal deine Knie, sieh mal außen fallen. Du hörst schön. Schwimm mal in deine untere Wirbelsäule. Wie sich auf dem Boden hin und her bewegt. Und mal andersherum. Und dann ziehst du dein Bein mal ganz zu dir heran. Dann steckst du das andere nach oben auf. Und dann bringst du das Bein herüber. Ziehst mal her. Drückst dabei dein Knie so ein bisschen nach außen. Versuchst mal ganz zu strecken. Ziehst die Zehe heran. Und dann wechselst du das Bein, was jetzt oben liegt, noch einmal anziehen. Und dann greifst du hier und rollst mal hin und her, holst Schwung, kommst nach oben. Und von hier aus drehst du dich noch einmal kurz zur Seite. Und von der anderen Seite. Riechtest dich nach vorne aus. Ziehst mal dein Bein. Ziehst mal nach hinten. Und du hast ja auch Gelegenheit, deine Brust nochmal nach vorne zu schieben. Und die Schulter schön nach hinten zu bringen. Und lösen. Auf der anderen Seite. Und bloß nach vorne. Und lösen. Und dann bist du erst mal hier vorne. Schickst deine Beine aus. Ziehst mal nach vorne, weil du kannst. Versuch mal deine Knieke in den Boden zu drücken. Und dann kommst du ja nach oben. Machst deine Beine auseinander. Und ziehst du mal Fleisch beiseite. Und schiebst dich nochmal mit den Händen nach vorne. Und hier drückst du wieder die Kniekehle schön in den Boden. Und hebst dann mal die Ferse an. Ja? So, dann drückst du nämlich deine Kniekehle in den Boden. Riecht dich schön auf. Versuch die Beine so zu lassen. Und dann ziehst du mal nach vorne. Und dann... Bis dann immer vorsichtig. Nichts erreichen wollen. Unterscheiden sich in Schmerz und Dehnung. Vielleicht geht auch noch ein bisschen was bei dir. Wenn du ein bisschen weiter unten bist, dann kannst du dich so mit den Händen nach vorne arbeiten, noch mal ein bisschen ziehen. Und vielleicht kannst du sogar noch tiefer kommen und ziehen. Und dann kommst du nach oben. Dann lass mal zur Seite. So, nächstes Mal bin ich dann wieder mittwochs da und danach, glaube ich, sonntags. Da gibt es dann was Langsames. Mittwoch ein bisschen schnell. Ihr dürft euch auch was wünschen. Der Plan steht noch nicht. Schreibt mir doch einfach mal was. Dann fangst du in die Mitte. Dann schiebst du dich auf. Dann schiebst du dich nach vorne. Guck mal hier, deine Zehen so ein bisschen nach außen aufstellen. Da solltest du deine Knie auch nach außen zeigen. Dann kannst du hier mal einsinken. Wenn deine Ferse nicht am Boden steht, dann kommst du ein bisschen höher. Dann drückst du hier auseinander. Komm mal an den Punkt, wo deine Ferse am Boden steht. Vielleicht kannst du mal einsinken. Und wenn du eingesunken bist, dann richte dich mal hier so schön auf. Dann kommst du nach vorne. Setz die Hände auf. Drehst deine Fußspitzen nach vorne. Twistest ein bisschen enger, sodass du hüftbreit stehst. Lass dich einmal hängen. Lass den Kopf auch schwer hinab. Beugst deine Beine. Holst sie nach oben auf. Und dann machst du dich ganz weit. Deine Brust in den Raum. Und das nochmal. Und dann atmest du aus. Und ein. Aus. Und ein. Dein letztes Mal aus. Und ein. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest. Bis bald. Tschüss. So. Wie machst du das jetzt aus? Aus. 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 Aus.